Wir suchen eine schöne Küche. Der Berater wird gleich kommen. Äh, Kaffee? Tassen. Aus die Lade. Vorratsschrank. Kann ich helfen? Tut mir leid, ich find von lauter Küchen die Häferl nicht. Ich bin auch nur ein Ding. Max. Jetzt beim XXXLutz bei Kauf einer Einbauküche ab 3500 Euro. Einbauherd und Cerankochwelt zum halben Preis. Super.